Hallo, mein Name ist Nathaniel von Alphacool und heute zeige ich euch die neuen Alphacool Aurora H-Tube LED-Ringe. Viele von euch kennen ja bestimmt schon die Aurora-Ringe für die Ausgleichsbehälter, die wir in 50 und 60 mm Durchmesser haben. Hier sehen wir das am Beispiel eines Eisbechers. Der gesamte Bälter inklusive dem Sockel ist komplett beleuchtet mit nur einem einzigen Ring. Und wir dachten uns, diesen Effekt, den müssen wir erweitern auch direkt auf die H-Tubes. Und so könnt ihr jetzt hier an den verschiedenen Stellen die kleinen Ringe sehen, die dann direkt die H-Tubes beleuchten. Also wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Nun, hier haben wir den LED-Ring und das Ding ist massiv. Es wiegt also richtig Gewicht. Das ist nämlich aus stabilem Messing hergestellt, schwarz lackiert. Wir haben ein premium gesleeftes Kabel hier dran mit einem 3-Pin-Stecker. Den kann man natürlich in einen Netzteil, Mainboard oder Fan-Controller halt einstecken. Und hier innen drin haben wir die sechs LEDs, die sehr stark leuchten und zwei O-Ringe, ein auf jeder Seite. Und das funktioniert so, man schiebt das einfach auf die H-Tube drauf und durch die O-Ringe zerkratzt nichts. Und der LED-Ring bleibt in der Position bestehen, wo man das eigentlich haben möchte. Die Alphacool Aurora H-Tube LED-Ringe gibt es in zwei verschiedenen Größen. Wir haben hier einmal den kleineren, der ist für H-Tubes mit 13 mm Außendurchmesser. Funktioniert natürlich super und den größeren für H-Tubes mit 16 mm Außendurchmesser. Funktioniert auch sehr gut und wie ihr hier schon seht, wir haben verschiedene Farben. Wir haben Rot, Grün, Blau, Weiß und UV-Licht. Und um die Frage gleich nochmal vorab zu beantworten, RGB werden wir auch noch demnächst auf den Markt bringen. Nun, was bleibt noch zu sagen? Hier, unser System sieht so gut aus, aber ich glaube, ihr habt auch ganz viele kreative Ideen, wie ihr das einsetzt. Welche Farbe an Flüssigkeit mit einer Kombination mit welcher Farbe des Aurora Rings werdet ihr nehmen? Und ich bin schon gespannt, wie euer nächstes H-Tube Modding Projekt aussieht. Hoffentlich mit den Aurora Ringen von Alphacool. Sendet uns Bilder, gebt uns ein Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch eine schöne Zeit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.